So, es ist jetzt kurz vor Weihnachten und langsam trotzdem ist es hier warm geworden hier. Hier ist frisch aus Jamaika hier. Mädchen, Kinder, eine wunderschöne, nette liebe Frau. Willkommen hier. Ich freue mich, dass ihr uns besucht habt in Arlo Fashion Store. Sie stellt sich gleich noch ein bisschen vor, weil ihr kennt sie. Ihr kennt ihre Songs, ihr schwitzt immer im Club bei ihrer Musik. Und jetzt sagt sie euch den Rest, würde ich sagen. Okay, I don't know what he just said, but I know it's turned up. What's up, you know, it's your girl Nyla and I'm right here in the Popping Store. I love fashion, big up, doing it big. I'm here, look out for more stuff, you know, I bring that heat to Zurich. Look out for my stuff, my new songs, stand up, body calling, fussing, all of those songs. Next year I'll be back, so turn it up right here, right? Supportet sie bitte, sie hat einen sehr guten Charakter, sie ist sehr lieb. Und heute Abend sind sie auch noch in Zürich, ein Piranha unterwegs hier. Und kommt vorbei, Menschenskinder, ihr ist recht cool drauf hier. Supporten, supporten hier. Thank you very much. Big up, big up, big up, thank you.